So Leute und damit willkommen zu einer neuen Einzelmission mit mir, dem Scytler und mit dabei der Hades. Huhu! Hallo! Ähm, ja, briefe ich euch erstmal. Wir befinden uns hier bei Ayojima, also Schlacht um Ayojima, Abfangen und Abschießen, heißt die Mission. Unsere Aufgabe wird es sein, die feindlichen Bomber abzuknallen, die gerade von ihrer Bombardierungsmission kommen. Bedeutet, die sollten eigentlich recht schnell unterwegs sein, oder? Haben ja keine Bombenlast mehr. Ähm, ja, wir sitzen hier in einer F6F5 und haben 6 MGs unterm Arsch. Ungefähr. Ja, hinter uns. Jo, wie ich seh schon. G4M1, die scheinen nicht so dicke zu sein, oder? Ich glaube, die gehen eigentlich. Ja. Sagen wir, sie ich von hinten angreifen, ist alles gut. Da hinten sind die schwer bewaffnet, wahrscheinlich wieder, ne? Ja, jetzt hat sich mit dem Mitterkanon, das ist von Japaner verstandert. Oh ja, da muss man aufpassen. Aber sie trifft eigentlich sehr selten und ist eigentlich relativ infizient. Das ist die Kaliber-50er, der Amerikaner deutlich gefährlich, wegen dem schieren Volumen an Feuern, den sie ausspucken. Hm, dann gerade in der Masse, ne? Nö, ja, B17 halt, ne? Und die Formation, da werden schon einige Abfangenäger runtergeschossen. Kümmerst du dich um die A6M5er, oder was? Ja. Na, 1, 2 runterknallen kann nicht verkehrt sein. Ich bin gerade ein bisschen angekratzt. So, gehen in den Frontalangriff. Jawohl, ich auch. Ich halte mich ein bisschen rechts. Dass wir nicht die gleichen Ziele immer beschießen. Nächsten. Und tschüss. Für den Piloten ausgestattet, Alter. Okay, das war jetzt komisch. Du hast keinen Kratz abgekickelt, aber. Uäh. Alter. Und, hast du Spaß? Ja, es geht. Ich hole sie runter. Dann hole sie auch runter. Also, ich nähe mich immer von unten an. Das scheint eine ganz gute Position zu sein. Ich kriege zwar ab und zu mal ein paar ab, aber es ist nicht so die Masse. Da gibt es mich ganz groß, ganz, ganz, ganz komisch erwischen. Ja, Glückstreffer wahrscheinlich, wohl. Da scheint mir zu einem kleinen 7-7er im Gegend. Die haben geballert oder so. Keine Ahnung. Ah, mein Heckruder ist im Arsch. Ich kann nicht mehr so wenden, wie ich es gerne hätte. Das war's. Nein, Seidel. Warum eigentlich immer Seidel? ist leichter auszusprechen so in die schlacht wie viele versuche haben wir wahrscheinlich unendlich wohl wahrscheinlich ein paar wird nichts angezeigt sie ab nein 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 sie ist so guten richtwinkel an dieser zeitlich und hier denken also sieben sieben bagu 66 56 geschoben aber ist jetzt ehrlich gesagt nicht so fordern muss ich ganz ehrlich sagen gibt es gibt schwere ein so mission das ist recht locker flockig hier die runter zu holen da sind auch japaner was aussteht denn panzer die rassistin das ist ein fakt ja das stimmt schon das sind wirklich papier flieger ja leute mission hier abgeschlossen kehren zum flugzeugträger zurück mit kaputten motor ich glaube das müssen wir aber nicht zurück auf dem flugzeugträger doch müssen wir ja ich wurde angezittert scheiße ja ja vater warte nur ich krieg dich nach seit ich überlebe das jetzt nein will ich nicht volle türen heute fliegler mit bremden das war aber wirklich läscher hier die einzelne mission kann es ehrlich sagen wenn ich überlege wie lange ich dafür zocken musste um die freizuschalten das ist schichterlechtert ja aber adlertag die ganze zeit zocken um eine herausforderung zu kriegen habe ich auch kein bock ich habe gehört schon bock auf örtler attack sorry betta sekundäres missionsziel empfangen kehre zum flugzeugträger zurück lande auf dem flugzeugträger das war ja klar ja ok leute hat nachzicht mit mir das ist auf jeden fall das erste mal dass ich jetzt auf so ein ding lande ich glaube ich lande auch schon auf der falsche ich muss andersrum eigentlich in fahrrichtung egal ich glaube das ist meinst du ja im spiel materie fast nix auch viel zu schnell ich drauf kann bitte leute aber sowieso sie brauchen wir es doch nicht ja das war auf jeden fall die missionen abschießen und abfangen oder abfangen und abschließen ja ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal und tschüss tschau tschau